Wenn ich an die ganzen großen Probleme in der Welt denke, weiß ich manchmal selbst gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann ist da noch dieser kleine Mann in meinem Ohr, der mir sagen will, du kannst daran eh nichts ändern. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Das Motto Think Global, Act Local erinnert mich immer wieder daran, dass mein Verhalten hier in Köln auch einen Einfluss auf das Leben der Menschen in anderen Ländern und auf das Klima hat. Wir müssen nun mal überall auf der Welt CO2 einsparen. Von daher ist es doch ein guter Beginn, wenn ich hier vor meiner Haustour mit meinem eigenen CO2-Fokusabdruck beginne. Das Ziel Nummer 11 bricht sozusagen alle anderen Ziele auf unsere Stadt herunter. Es geht um gute Bildung, sauberes Wasser und erneuerbare Energien. Und das mit der 11 kann ja wohl kein Zufall sein, liebe Kölnerinnen und Kölner.